Bei Deutschland sucht den Superstar sorgt ein Kandidat für Aufregung, und das nicht mit seiner Stimme. Das hat Beatrice Egli, 36, nicht erwartet. Während die meisten Kandidaten bei Deutschland sucht den Superstar ihre Stimmen und ihr Schautalent in den Mittelpunkt rücken, sorgt ein mutiger Auftritt für Aufsehen. Der Reality-Star Roland Bartsch, 53, präsentiert der Schlagersängerin etwas ganz anderes, seinen nackten Hintern. Der 53-Jährige war von seiner Teilnahme an der Castingschau so begeistert, dass er sich eine witzige Wette ausdachte, für jede Runde, die ich überstehe, lasse ich mir nenn Buchstaben von DSDS auf den Hintern tätowieren. Der Ex das Sommerhaus der Stars Teilnehmer hielt Wort. Nach dem Casting prallte er im Record stolz mit seinem brandneuen D auf der oberen rechten Egli konnte es kaum glauben und überzeugte sich selbst. Prompt ließ Roland, mit ein bisschen Hilfe von der Blondine, die Hosen runter. Auch Dieter Bohlen, 70, hatte eine lustige Bemerkung zu Bartsch parat. Wenn das heute nix wird, kannst du ja mit Dieter weitermachen. Doch die Jury war begeistert und winkte Bartsch kurzerhand durch. So darf der Reality-Star beim nächsten Stadion-Recall der Top 50 mit einem DS auf dem Hintern antreten.